Hallo, schön, dass du hier bist bei dieser Folge. Und in dieser Folge geht es um Gelassenheit, aber noch viel, 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 viel mehr. Weil wenn du das verstanden hast, was es heute in dieser Folge geht, verstehst du so die Essenz aus dem Stoizismus, aus dem Buddhismus, wie die das Leben verstanden haben und erfahren haben durch tägliche Praxis, durch tägliches Üben, wie der Mensch ein freudvolleres, glücklicheres Leben führen kann. Und dieses Video ist ein sehr fundamentales Video, also nimm dir wieder Zeit dafür. Es ist unglaublich wichtig. Und zwar wirst du lernen, was du in deinem Leben kontrollieren kannst und was nicht. Und die Dinge, die wir nicht kontrollieren lassen, können wir loslassen, weil wir sie ja sowieso nicht kontrollieren können. Und diejenigen, die wir kontrollieren können, die möchte ich dir zeigen, wie du sie kontrollieren kannst. Denn die meisten Menschen machen es genau andersrum. Sie versuchen die Dinge zu kontrollieren, die sie nicht kontrollieren können und sind dadurch gestresst, setzen sich unter Druck, fühlen sich beschissen, sind innerlich unruhig, sind aufgeregt und haben all diese Schwierigkeiten, die du vielleicht auch in deinem Alltag kennst oder die du siehst, wenn wir in die Gesellschaft blicken. Also, lass uns reinsteigen. Und zwar machen wir diese grundsätzliche Unterscheidung. Unterscheidung. Was kannst du in deinem Leben kontrollieren und was kannst du nicht kontrollieren? Und das Spannende ist, sowohl der Stoizismus als auch die buddhistische Psychologie sind sich da ziemlich einig. Und die machen eine ganz klare Grenze, indem sie sagen, das, was außerhalb von dir ist, alles, was du im Außen siehst, kannst du nicht kontrollieren und darfst es daher akzeptieren. Und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt, da möchte ich gleich drauf eingehen. Und im gleichen Zug, alles, was in dir ist, und hier muss ich sagen, fast alles, kannst du zumindest beeinflussen bzw. kontrollieren. Und darauf gehen wir auch im Laufe des Videos an, wie du das machst. Lass uns erstmal zu dem ersten Fakt gehen. Alles, was du im Außen erlebst, erfährst, machst, tust, kannst du nicht kontrollieren. Und das mag im ersten Moment so ein bisschen deprimierend erscheinen, weil wir immer denken, ja hey, wenn ich dort lang und lang kämpfe, wenn ich das so und so, so viele Zeiten mache, wenn ich dort alles reinstecke, dann, dann, ja dann versuche ich das zu kontrollieren. Oder in der Partnerschaft, ich versuche durch irgendwelche Manipulationen oder irgendwelche Strategien meinem Partner zu etwas zu bekommen, um etwas zu erreichen. Und wir haben so viele Strategien, um die Welt da draußen zu kontrollieren. Aber die schlussendliche Wahrheit ist die, wir können diese Welt da draußen nicht kontrollieren. Wir können sie beeinflussen, ja, und dieses Beeinflussen ist aber mehr eine innere Komponente. Darauf kommen wir im zweiten Teil dieses Videos. Im ersten Teil geht es erstmal darum, diese essentielle Wahrheit zu verstehen, weil das ist nicht leicht. Weil wir leben unser ganzes Leben eigentlich genau anders herum. Wir denken, das Inneren, da habe ich keine Ahnung, was ich eigentlich mache und im Außen habe ich irgendwie gelernt, das anzuhaben. Und das ist eigentlich genau die falsche Annahme. Und das ist genau der Grund, warum die Menschen so verspannt sind. Warum die Menschen so angestrengt sind. Warum es den Menschen so schlecht geht. Weil sie versuchen, die Welt zu kontrollieren, die nicht zu kontrollieren ist, nur zu beeinflussen. Und wenn wir versuchen, diese zu kontrollieren und es klappt nicht so, wie wir das uns wünschen, dann fühlen wir uns schlecht, dann fühlen wir uns angeschränkt, wir strecken uns noch mehr an, um noch mehr das im Außen zu bekommen, was wir uns gern wünschen. Und wir rutschen langsam und weiter und weiter die Abwärtsspirale hinunter. Und das mag für die meisten erstmal traurig sein. Aber für mich und auch viele meiner Klienten war das zu Beginn erstmal diese Erkenntnis, oh, okay, ich habe falsch herum gedacht, ich habe immer versucht, die Welt da draußen zu kontrollieren und das da drinnen nicht. Und wenn man diesen Shift macht, dann ist das etwas Befreiendes, weil du verstehst, hey, ich kämpfe nicht mehr dort außen. Ja, ich tue mein Bestes, ja, ich tue meinen Beitrag, dazu kommen wir noch gleich, aber ich kämpfe nicht mehr. Indem ich die Welt da draußen so annehme, wie sie ist. Deine Beziehungen, deinen Beruf, deine zwischenmenschlichen Beziehungen, dein finanzieller Erfolg, all diese Dinge, die du im Außen wahrnimmst, kannst du nicht kontrollieren. Und darum gilt es, diese radikal anzunehmen. Und wenn wir diese nicht annehmen, dann kämpfen wir gegen etwas, wo wir nicht gewinnen können. Wenn wir aber sagen, hey, ich kann dort draußen sowieso das nicht kontrollieren, können wir den Ballast, wo wir unser ganzes Leben lang versucht haben zu kämpfen, einmal loslassen. Und können uns im gleichen Atemzug auf das fokussieren, das wir kontrollieren können. Und da blicken wir jetzt nach innen. Und zwar, was ist in uns? In uns sind prinzipiell zwei Dinge plus eine dritte Komponente. Was in uns sind, sind Emotionen und Empfindungen. Das sind in unserem Körper. In uns sind Gedanken, also inneres Hören und innere Bilder. Und auf diese, diese können wir kontrollieren, beziehungsweise in ganz starkem Maße beeinflussen. Und die dritte Komponente ist, die sich daraus resultiert, ist unser Verhalten. Was wir tun. Und zwar können wir ganz bewusst Gedanken denken. Und da kommt jetzt eine wichtige Komponente ins Spiel. Und das zieht sich durch diesen YouTube-Kanal, den ich hier habe, immer wie ein roter Faden. Und darum gibt es ja auch bei mir diese große Achtsamkeitsakademie, wo viele tausend Menschen auf diesem Weg sind. Und zwar ihr Bewusstsein zu erweitern. Weil, wenn wir unser Leben unbewusst leben, dann sind wir den Faktoren ausgeliefert. Sowohl im Außen, als auch im Inneren. Weil wir es gar nicht wahrnehmen. Je bewusster wir aber werden, je bewusster wir unsere Gedankenmuster werden, je bewusster wir werden, was dort zwischen unseren Ohren passiert, desto mehr können wir es auf einmal beeinflussen. Und wenn wir dann anfangen, wahrzunehmen, was wir für destruktive Gedanken manchmal haben, und diese anfangen zu ersetzen, dort gibt es noch ein extra Video hier auf dem Kanal, dort geht es um negative Gedanken, und wie du damit umgehen kannst. Aber Stück für Stück positivere Gedanken zu kultivieren, da konsequent mit uns umgehen, um unsere Gedanken unter Kontrolle sozusagen zu bringen, dann können wir anfangen, oder dann fängt es automatisch an, dass sich unsere Emotionen dementsprechend verhalten. Denn die Emotionen, die wir fühlen in unserem Körper, sind abhängig von den Gedanken, die wir denken. Das heißt, das, was du fühlst, das, was du für eine Emotionspalette in deinem Leben erfährst, ob Traurigkeit, Freude, Glück, oder Unglück, oder Einsamkeit, oder nimm deine Gefühle, ist maßgeblich davon abhängig, was dort oben passiert. Und auf diese Komponenten haben wir Einfluss. Und wenn wir dort lernen, den Einfluss zu nehmen und aufhören, im Außen zu verkämpfen, dann bringt es uns Stück für Stück zu einem freudvolleren, entspannteren, glücklicheren, gelasseneren Leben. Weil wir anfangen, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, und das loszulassen, was wir nicht kontrollieren können. So, und jetzt magst du vielleicht an diesem Punkt denken, okay, ja, macht irgendwie Sinn, aber ich möchte das im Außen irgendwie trotzdem so haben, wie ich es mir wünsche. Ja, da gibt es dann noch die dritte Komponente. Denn wir haben Gedanken, Emotionen, also Energie in unserem Körper, und aus diesem Muster aus Emotionen und Gedanken entsteht ein gewisses Verhalten. Und dieses Verhalten, das wir haben, beeinflusst die Welt da draußen. Ganz praktisch. Du kannst nicht beeinflussen, ob die Menschen in der Präsentation dir Beifall klatschen oder nicht. Aber du kannst dich auf diese Präsentation vorbereiten. So, wenn du diesen Fokus ab jetzt, zum Beispiel bei einer Präsentation, so hast, dass du sagst, hey, das Außen kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, ob die klatschen, ich kann nicht beeinflussen, ob die jubeln, ich kann nicht beeinflussen, was die über mich denken, aber ich kann beeinflussen, wie ich mich zeige. Und uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen können, auf unsere Gedanken, auf unser Handeln, unser Verhalten und auf unsere Gefühle, dann können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Außen ein tolleres Ergebnis zu erzeugen. Und gleichzeitig sind wir nicht abhängig vom äußeren Ergebnis, weil wir angefangen haben, es so zu akzeptieren, wie es im Außen ist. Egal, ob die klatschen oder nicht klatschen, hey, I don't care, ich kann es nicht beeinflussen, aber ich kann das beeinflussen, was in mir ist. Und ihr versteht den Shift. Wir fangen an, uns nicht mehr abhängig zu machen von der Welt da draußen. Wir fangen an, durch Annahme, durch Akzeptanz, durch innere Einstellung, hey, das ist im Außen, wie es ist. Ich kann nicht kämpfen. Und mit dieser Annahme automatisch den Fokus auf das richten, wo wir unseren Einflussbereich haben, auf unsere Gedanken, die gesunde Gedankenhygiene, unser Bewusstsein zu erhöhen, Achtsamkeit zu praktizieren, Meditation zu praktizieren, um das dort innen aufzuräumen. Und lustigerweise ist das so, wenn wir das dort innen aufräumen, dann wird das sowieso friedvoller, freudvoller, glücklicher. Und wir merken, dass das innere Empfinden von Glücklichsein, von Freude, von Gelassenheit, von Zufriedenheit, ja nicht von außen abhängig ist, sondern von mir, wie ich diese Außenwelt in mir verarbeite. Und diesen Verarbeitungsprozess ändern wir, indem wir sagen, hey, es ist nicht mehr von außen abhängig, sondern von mir. Sondern von mir. Ich fange dadurch an, durch diese Einstellung, durch diese radikale Einstellung, den Verarbeitungsprozess meines Gehirns zu verändern. Und ich möchte jetzt nochmal ein paar praktische Beispiele bringen. Nehmen wir eine Beziehung. Ich hätte gerne eine freudvollere Beziehung zu meinem Partner. Okay, was die meisten Menschen versuchen, sie versuchen irgendwie den Partner hinzubiegen, die versuchen irgendwie im Außen zu kämpfen und mit irgendwelchen Aktionen, mit irgendwelchen Taten. Oder wenn das dann nicht klappt, dann schimpfen sie und nörgeln sie und sind ständig unzufrieden und ihr kennt das, dann ist man irgendwie stinkig und manipuliert wieder und die ganze Palette. Aber wenn wir dort mal Ende halten und sagen, hey, ich akzeptiere das so, wie es ist und fange an, in mir zu arbeiten. Beispielsweise, indem ich mir sage, okay, ich brauche jetzt die Liebe nicht im Außen, sondern ich versuche sie mir selbst mehr zu geben. Ich versuche liebevoller mit mir umzugehen, freudvoller mit mir umzugehen. Ich versuche mir ein Verhalten anzueignen, das vielleicht meinem Partner auch dient. Beispielsweise, dass ich mich besser um mich kümmere, dann wird es ihm auch besser gehen. Und dadurch merkt wahrscheinlich der Partner, hey, dort verändert sich was in der Person und die Dynamik passt sich automatisch an und es erzeugt im Außen die Veränderung. Aber nicht, weil wir im Außen die Veränderung wollten, sondern weil wir bei uns angefangen haben. Anderes Beispiel, sei es beruflicher Erfolg. Okay, wir versuchen unbedingt, diese Karrierestufe zu erreichen. Und wir kämpfen und wir machen irgendwie alles und da, 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 da. Und wir schleimen uns bei dem ein und die ganzen Geschichten. Aber wir können es nicht kontrollieren. Aber, was wir tun können ist, sozusagen, wie es immer so schön heißt, die beste Version von uns selbst werden. An uns zu arbeiten, uns Fähigkeiten anzueignen. Und durch diese neuen Fähigkeiten, durch vielleicht diese neue Gelassenheit, diese neue Einstellung zum Leben, erkennt das Umfeld automatisch, und ich kann jetzt versprechen, das passiert automatisch, hey, bei dieser Person hat sich was geändert und dann bist du viel wahrscheinlicher in dieser Position, um genau den Job zu bekommen, den du dir wünschst. Und, das Schönste dabei ist, wenn du den Job nicht bekommst, bist du nicht tot unglücklich, weil du nicht mehr dein Wohlbefinden vom Außen abhängig machst. Spürst du diesen Shift, diesen radikalen Shift, in der Herangehensweise zu leben? Zu sagen, okay, die Welt dort draußen ist, wie sie ist. Ich mache diese radikale Akzeptanz. Und Akzeptanz bedeutet nicht, nichts zu tun. Akzeptanz bedeutet nicht, irgendwie sich zurückzuholen. Weil so eine Akzeptanz bedeutet, das draußen so zu lassen, wie es ist, und mich auf mich innen zu konzentrieren, und diese Faktoren in den Griff zu bekommen. Schönere Gedanken denken, da gibt es ein Kanal hier, ein Video auf dem Kanal. Und lernen, Umgang mit negativen Emotionen, Umgang mit negativen Gedanken. Das alles in mir lernen, in mir sozusagen rein werden. Und was dann passiert ist, dieser wundervolle Shift, den ich in meiner Achtsamkeitsakademie immer wieder sehe, dass wir anfangen, ein Leben von innen heraus zu kreieren. Und nicht mehr abhängig sind, was von außen erzeugt wird, sondern weil es uns innen Freude macht. Ich mache ein anderes Beispiel. Dieses Video hier. Ich drehe dieses Video von ganzem Herzen. Ich habe hier in diesem Moment Freude. Ich lache. Und das Schöne ist, wenn ich dann in die Kommentare sehe, sehe ich, wie das Menschen berührt. Wie die Menschen sich freuen. Aber, ich mache es nicht davon abhängig. Ich mache es, weil es mir Freude bereitet. Weil mein Herz mir sagt, jetzt das, meine Mission ist, dass das, ich in dieser Welt ausdrücken darf. Darum mache ich es. Und wenn es super ankommt, super schön, freue ich mich natürlich. Aber, falls es mal Kritik gibt, ja, es ist, wie es ist. Ich nehme es an. Ich mache kein Drama draus. Ich bin nicht mehr abhängig von der Welt da draußen. Und die meisten Menschen machen es andersrum. Die sind abhängig von den Likes, abhängig von den ganzen Dingen. Und dann sind sie im Hamsterrad. Weil sie ständig kämpfen, ständig noch besser, noch weiter, noch gut. Und das hören wir auf, wenn man diesen radikalen Schiff versteht. Und wie merkst du es im Außen? Wie merkst du, dass du wieder in diesem Hamsterrad steckst? Also nochmal eine ganz praktische Übung. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du Druck spürst, dass dir es nicht gut geht, dass du irgendwie nervös bist, dass du nicht mehr gelassen bist, wie erkennst du das? Wenn du das erkennst, dann schau, was möchte ich gerade kontrollieren? Möchte ich vielleicht gerade die Situation kontrollieren? Oder möchte ich quasi kontrollieren, was die über mich denken? Oder möchte ich eventuell, und da wird es nämlich so ein grauer Bereich, meine Emotionen kontrollieren? Weil unsere Emotionen können wir nur indirekt kontrollieren über unsere Gedanken und über Annahme. So, beobachte, wo du die Kontrolle haben möchtest. Was du unbedingt denkst, das muss jetzt sein. Und dann lass los. Sag, okay, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich kann mich dann noch an einen Moment erinnern, wo ich hier mein erstes kleines Team hier aufgebaut habe, mit dem Unternehmen, das ich hier habe, wo wir auch diese Videos machen können. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann zu Beginn immer gedacht habe, ich muss jetzt noch das und das und ich muss jetzt noch das und das und das und das und das und das. Das muss man so als Unternehmer. Und ich habe gemerkt, das strengt mich an. Und irgendwann habe ich das alles losgelassen. Ja, ich bin natürlich persönlich gewachsen als Unternehmen, indem ich mir neue Informationen geholt habe, indem ich mir die richtigen Bücher gelesen habe. Aber ich habe aufgehört, das zu kontrollieren. Ich habe aufgehört, irgendwas darstellen zu machen. Ich habe aufgehört, irgendwas zu müssen. Ich habe aufgehört, irgendwas im Außen zu kontrollieren. Das Einzige, was ich verstanden habe, was ich in meinem Leben kontrollieren kann, ist, dass Happiness ist ein Inside-Shop. Gelassenheit ist ein Inside-Shop. Wir dürfen hier anfangen. Und hier in dieser Folge geht es erstmal darum, diesen radikalen Shift zu verstehen. Nicht die Außenwörter draußen. Ich. Darum geht es. Und erst wenn wir lernen, dann wird das Leben gelassen. Dann wird das Leben freudvoll. Also wenn ich mehr von außen abhängig mache. Und die Komponente verändern, die wir verändern können. Und wenn wir das machen, dann gewinnen wir, und das ist ganz spannend, das nennt die Psychologie Selbstwirksamkeit. Wir erkennen wieder, hey, dort habe ich Einflussbereich und da draußen. Ist mir egal. Es ist ja nie ganz egal. Das bin ich mir vollkommen klar. Aber ich möchte es ein bisschen überspitzt ausdrücken, um es dir verständlich zu machen. Und das ist die Idee dahinter. Und das ist ein Weg. Und das ist zum Beispiel das, was Gandhi gesagt hat. Gandhi hat gesagt, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Der hat nicht gesagt, verändere die Welt, wie du dir es wünschst. Nein. Er hat gesagt, sei selbst die Veränderung, die du sehen möchtest. Weil er wusste, wenn du dich verändert, verändert sich die Welt. Buddhismus, Stoizismus, alle kannten diese Weisheit. Und wir dürfen es jetzt auf unser Leben ganz konkret übertragen. Und darum geht es in diesem Kanal. Zu den einzelnen Themen gibt es hier auf dem Kanal viele Videos. Umgang mit Gefühlen, Umgang mit besonderen Gefühlen, Ängsten, Grübeleien, all diese Dinge. Scroll dich dort durch. Schau dir den Kanal an. Mach diesen Shift. Um dir ein Leben zu erschaffen im Haus, das Freude macht, aber nicht indem du kämpfst. Sondern indem du in dir, mit dir, liebevoll, freudvoll und gesund umgehst. Das ist die Idee. Danke, dass du hier bist auf diesem Kanal. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Teil dieses Video gerne per WhatsApp, per E-Mail an deine Freunde, wo du denkst, das muss raus an diese Welt. Das freue ich mich immer riesig. Weil ich finde, diese Nachricht ist super wichtig. Danke dir, dass du hier ein Teil dieser Gemeinschaft bist. Und ich wünsche dir einen wundervollen Moment. Dein Peter Bär. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.